Willkommen in der Künstlergarderobe bei Björn und Benni. Nein, stopp aber nicht, da musst du hinzoomen, da auf die richtigen, das sind die echten, guckst du hier die echten ABBA? Ja. Und zu Oli nach den Schwarzenberg am 31. auf der Bühne, die falschen ABBA, meinem Freund Thomas Böttcher wird der Benni sein, da bin ich der Björn. Du bist der Björn. Meine Schuhe sind nämlich schon da, denn ich bin Zalando-Jürger, sobald er jetzt hier. Oh, und macht den schlanken Fuß, also ganz ehrlich, also nicht schlecht, ja? Also hier ist der nächste Kandidat, der für Deutschland antritt beim Juröwischen. Das ist kein Bruder. Nächstes Jahr in Österreich. Zeig mal her. Ja. Du bist so wunderschön. Halterocick. Es ist so Traum. Ich häss Creatc man in Chiesc man in.